Ja, guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen Folge Dein Kwerft Bag, die dritte. Und ich bin auch heute wieder nicht allein, die liebe Nina Babel ist auch wieder mit am Stießeln. Hallo. Hallo. So, und zwar waren wir auch in der letzten Folge schon stehen geblieben dabei, dass wir das Lager für den lieben Melonige Melone abbauen, weil er das Kunststück eher dann von mir kaufen wird. So, da sind wir gerade fleißig am abbauen. Stimmt's? Ja, klar. Siehst du. Ich glaube, ich bin zu nah am Mikrofon, ich übersteuere ein bisschen. Das habe ich eben schon gemerkt. Ich hoffe, das ist aber nicht so schlimm, wenn ich da... Mann, nein, Spaß. So. Ach ja, wie das alles gebaut wurde. Das hat Sturm gemacht. Nicht von dir. Ja. Das ist eine andere Sache. Hallo, wir sind jetzt am abbauen. Wir sind jetzt am abbauen, ja. Nicht, nicht, wie es gebaut wurde. Das interessiert keinen. Du sagtest aber gerade, das war anstrengend, aber nicht für dich, weißt du? Ja. Das weiß doch keiner. Ich schon. Leider. Hey, was heißt hier leider? Ja, kannst du mich ärgern. Ja, kann ich. Aber ich tue es nicht. Vielleicht ein bisschen. Ein bisschen. Ah. Uff. Dann baue ich das Leben ab. Gut. Jetzt bin ich runtergefallen. Hier ist ja Hohlraum. Jai. Lol. Weiß ich gar nicht. Solltest du aber wissen. Weiß ich aber nicht. Ja, schlecht. Na, Spaß. Ach, jei, jei. Dann weißt du es jetzt? Aber jetzt musst du es eigentlich nicht mehr wissen. Stimmt. Das ist ja nicht normal. Das ist auch eigentlich ein guter Tausch. Stimmt. Ich weiß, dass ich gut handeln kann. Ja, ich auch. Du weißt es auch? Ja. Okay. So. So. So mit O. So mit O. Mit O, ja. Mit O. Hab ich noch nie gehört. Sö mit Ö. B, B, M, W. E, na ja. Nein, das ist passiert. B, Mit O, ja. Das schon besser. Ja. So. Ich bin mal gespannt, wann das, was mit dem Internet'' wird. Ich glaub, es wird nie was. Naja, das wird dann was. result. Ja, aber wann? Ich warte ja schon allein vier Monate drauf und sonst haben drei Jahre, dass ich sowas klicken kann. Ja, ich weiß, aber... Weil ich will streamen ja fast schon besser. Ja, aber das wird... irgendwann. Ja, irgendwann. Das hast du gut gesagt. Ja, ich weiß. Das ist das Grundstück von dem anderen. Soll ich ein Dier-Lotto mitmachen? Giz. Ja, komm, wir machen mit jeweils einmal. Money wasted. Nee, mach mal bitte... Fünf mal. Mach mal bitte fünf mal mit. Und dann höre ich dich wieder auf. Aber jetzt, als ob du das deswegen... Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, aber das Fünf mal bringt es eigentlich auch nicht. Weil Gewinn tut man ja trotzdem nicht. Schicksal. Schicksal. Ja, ich verstehe. Hey, was denn? Ja, ja, du willst mich aufregen. Nein, hab ich das gesagt, na... Nee, nee. Mhm. Ich weiß nur, dass du dich dann aufregst. Find ich in die Stadt. Find ich in die Stadt. Mö. Wie viel mal hast du mitgemacht? Einmal! Das ist lächerlich! Das ist lächerlich! Das kann doch wohl nicht sein! Nein! Ich krieg jetzt 500 DM von dir! Wie ist das? Ich hab mal in dir gehauen! Das ist lächerlich! Dann gewinne ich bitte in dir! Ja ich krieg jetzt 500 DM von dir! Nein! Doch! Nein! Weiß ich mach 5 mal mit! Es ist dein Pech! Ne es ist eh unserer! Aber meiner! Davon muss ich ja nichts machen! Ich hab zwei im Chat geschrieben! Was mach ich denn? Sorry! Das ist Schicksal! 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 Ich hab doch gesagt! Ich bin sowieso total übersteuert! Ja! Ohne Witz! Ich mach nie mehr wieder mit dem Dier Lotto! Ja! Ne! Ich mach auch immer mit! Ja! Ich mach auch immer mit! Ne! Doch! Unfair! Was ist denn dir bitte unfair? Ich mach einmal mit! Du fünfmal! Ich hab ja gewonnen! Ja! Ah! Ein gutes Gefühl! Sorry! Na ich will ich! Ich mach es nicht böse! Ja! Mach auf! Unfair! Ich geb dir 250 zurück, okay? Die Hälfte! Brauch ich nicht! Okay dann nicht! Okay dann nicht! Mann! Sorry! Aber ich hätte jetzt ernsthaft nicht erwartet, dass ich ein Dier gewinne! Weil ich mach so oft mit und gewinne! Ich hätte mir gedacht, das macht mal keiner mit! Doch! Und ich hätte mein Geld wieder! Und da gibt's auch noch du! Das ist mal wieder richtig hartes Karma! Für was? Für nix! Das ist kein Karma! Ja ja! Ich hab's doch gewonnen! Das ist unserer! Puh! Doch so! Nein! Slash Money! Na ja! Gibt Schlimmeres! Slash Money! Gibt Schlimmeres! Gibt Schlimmeres! Okay, sorry! Mhm! Jetzt äschst du mich auch noch nach! Oha! Voll fies! Ich will nicht wissen, was noch passiert ist! Die wollen dich abholen! Nee, wieso? Ich glaub, die wollen eher dich abholen! Nee, du hast grad nen Dier geklaut! Die wollen nicht abholen! Ich geh klaut! Ja, du hast nen Dier Juwelier ausgeraubt! Deswegen! Ja! Ich hab nen Juwelier ausgeraubt, der heute ausgeraubt wurde! Ja eben! Ja eben! Jetzt weiß ich, wo der Dier her ist! Wahrscheinlich nicht! Vielleicht mal die Polizei anrufen! Deshalb bin ich auch so reich! Ja eben! Du kannst ja auch verstecken und so tun als jetzt keine Kohle! Ja, stimmt! Ja eben! Verstehst schon! Und soll erstmal die Polizei anrufen! Ey! Ja? Nein, nein, nein! Ich hab nichts getan! Ich bin unschuldig! Wir rufen die Polizei an! Nein, 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 nein! Doch, doch, wir rufen die an! Nein, 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 nein! Ich habe nichts getan! Nein! 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 Ey! Ich hab... Ich hab... Wer ist jetzt eigentlich angerufen? Sag ich dir doch nicht! Gerade! Kann ja sein, dass es wirklich die Polizei war! Pff! Wahrscheinlich! Weil du dich das auch traust! Ja! Mhm! Du kannst dich ja verwählt haben! Ja! Ja, stimmt! Oder... Ja! Ach ja! Ach ja! Ach ja! Ach ja! Ach ja! Alter, dauert das lang! Ich weiß aber noch gar nicht, was ich mit dem Tier anfangen will! Ich glaube, ich spare dich! Hm... Das ist komisch, dass man auch noch nie mal geschmert hat! Kann ich den hier kaufen? Will ja auch niemand! Naja, manchmal wollen wir... Gewinnen aber nicht kaufen! also ich hab schon oft welche gekauft ja 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 merke ich mir das habe ich dann gewonnen ja was kann ich dafür habe ich noch aus ich soll mitmachen fünfmalen und dann ist das 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 ist halt richtig lächerlich das ist wirklich lächerlich das wollte ich nicht ja 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 ich wollte so vieles nicht einmal mitgemacht einmal ja und fünfmal und du hast noch gesagt ich soll mitmachen ja sollst du auch ja und ich soll mich dann aufregen ich verstehe schon du bist du doch auch ich habe nicht gesagt du sollst dich aufregen ich hab's nicht extra gemacht wenn du mit kannst du die ja lotto wenn du willst kannst du ihn auch von mir kaufen soll ich aus dem haus schmeißen ich habe mitgezahlt kann keiner beweisen doch beim konto aus warum du kannst mir das geld ja für sonst was gegeben haben naja ich könnte ich theoretisch rausschmeißen ist mein grundstück mach ich aber nicht ich verstehe schon das sagen sie alle dann sitzen sie auf der straße so ich habe gesagt nicht den boden abbauen aber dann bekommen wir heute das holz das habe ich total schnell gefahren ja mir egal dann kannst du es allein an mir mir ist es egal ich kann es brauchen vielleicht mal hä weißt du wieviel holz ich habe ja ich weiß nicht mehr richten ja also das brauchen wir doch nicht ja und das dürfen wir ruhig und du mich irgendwann wirklich auf die straße setzt habe ich was ich hätte sich nicht auf die straße ja dann bis in halben stunde ich guck dir dann so lang zu ok danke das holz langsam abbauen ja ich habe mich dagegen mir macht es sogar spaß ich verstehe ja ich bin hübsch oder deshalb filmst du mich auch aber wir müssen leider jetzt auch tatsächlich schon wieder einen cut setzen weil wir schon wieder über die zehn minuten angelangt sind leider ja auch diese folge ist voller hass gefüllt also ich mag das glück nicht du nimmst ja nicht auf also ja trotzdem naja ich hoffe es hat dich trotzdem gefallen ich hasse dieses dir leute und die alle menschen die gewinnen ja ich liebe es ja und ja das wollen wir beim nächsten mal wissen wenn du fünfmal reingehst und dann verkackst ok ja also also bist du schon öfter manchmal ich würde mich dafür nicht über ein positives däumchen freund check instagram und twitterino ist alles schön in der beschreibung ja ja dann wünsche ich noch klar noch einen schönen abend ich auch raus tschüss